Aber dir ist klar, ich verstehe nichts von Politik. Hast du ihn aber gewählt, oder? Adam Lang? Ja, natürlich. Alle haben ihn damals gewählt. Er bekommt 10 Millionen für seine Memoiren, aber er sucht einen Ghostwriter. Das Ganze ist eine unglaubliche Chance für dich. Hallo? Wir sind Sie? Ich bin Ihr Ghost. Das Manuskript darf weder aus dem Raum entfernt, noch darf es kopiert werden. Das wäre ein Sicherheitsrisiko. So, wie wollen wir vorgehen? Ich interviewe Sie und übertrage Ihre Antworten in Prosa. Sind Sie stark, oder? Der ehemalige britische Premierminister Adam Lang macht wieder Schlafzahlen. Sie fragen sich schon, worauf Sie sich eingelassen haben, oder? Sie arbeiten für den Mörder! Offenbar war der Druck für den ersten Ghostwriter zu groß. Von dem hast du mir nie was gesagt. Er war betrunken, ist über Bord gegangen. Ob wir je erfahren, ob es ein Unfall oder Selbstmord war? Das Buch hat ihn umgebracht. Was hast du mir da eingebrochen? Was die Anklage wählt, ist die Erlaubnis, eine offizielle Untersuchung einzuleiten. Wie lautet der ein Vorwurf? Sie arbeiten für einen Kriegsverbrecher. Sie haben keine Beweise. Sie werden uns die Beweise beschaffen. Die Wahrheit steht in Langs Memoiren. Ihnen ist doch klar, wie ernst die Sache ist. Hallo? Ich glaube, mein Vorgänger wurde ermordet. Nennen Sie mir nur eine Entscheidung aus Lenz Jahren als Premierminister, die nicht im Interesse der USA war. Sie gehören ja jetzt praktisch dazu. Ach ja. Sie haben das Statement formuliert. Das macht Sie zum Kompletzen. Wollen Sie mir etwas sagen? Wollen Sie mir etwas sagen?